Was machen Sie hier draußen? Der Legende nach? Gibt es im Dschungel des Amazonas einen Baum, der alles heilen kann? Der die Welt verändern könnte. Aber wenn er in die falschen Hände gerät, könnte unfassbar Böses entfesselt werden. Ich glaube, die Legende ist wahr. Ich werde den Baum finden. Und wenn ich ihn finde, stellen Sie sich vor, wie viele Leben man retten könnte. Ich suche diesen Baum schon länger als jeder andere. Ich bin der Legende in jedes Dorf gefolgt, auf jeder Insel. Nichts. Sie suchen etwas, das es nicht gibt. Aber Sie hatten nie den Schlüssel. Machen wir doch was Ungefährliches, wie Elefanten beobachten. Es gibt keine Elefanten im Amazonas, außerdem mag ich keine Elefanten. Lady, jeder mag Elefanten. Eins sollten Sie über den Dschungel wissen. Alles, was Sie sehen, will Sie töten und kann es sein. Vorsicht, Sie können Angst riechen. Ich habe keine Angst. Oh mein Gott. Wer fährt mit einem U-Boot? Durch den Amazonas. Feuer! Fängt mir vor, fängt! Gute Nacht. Ach, boah! Ich habe sie. Festhalten! Nein, 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 nicht! Das schaffen Sie. Sekunde. Na los. Geschafft. Doch nicht geschafft. Nein, 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 nein. Nicht geschafft. Himmels Willen, lassen Sie mich los, das war eine Katastrophe. Das lief nicht ganz so wie geplant. Jungle Cruise. chungle Cruise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017